Hallo! Heute will ich mal mit euch diese neue Cola hier trinken. Für mich ist die zumindest neu. Und zwar ist das Ginger Lim, Ginger Lime Light Taste Coca Cola. Ohne Kalorien, ohne Zucker. Ich probiere die mal. Ist okay. Aber... Ingwer schmecke ich jetzt nicht so raus, muss ich sagen. Also Limette da eher. Ginger eigentlich fast gar nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass diese Cook, wenn sie richtig gekühlt ist, richtig super schmeckt. Aber ich würde sie mir nochmal kaufen. Ist jetzt kein Fehlkauf, aber nach Ginger schmeckt sie jetzt nicht so, würde ich sagen. Ich trinke noch einen Schluck. Ja... Dann... ...wollte ich mal... ...ein paar Chips probieren. Und für euch... ...etwas knistern. Na. ... ... Das sind hier. Chipsfisch. Frisch von Fanny Frisch. Ungarisch. Von Fanny Frisch. Chipsfisch. Ungarisch. Nur die besten Zutaten. Beste Kartoffeln. Reine Sonnenblumen. Einzigartige Gewürzrezepturen. Fanny Frisch. Fanny Frisch. Fanny Frisch. Fanny Frisch. Lachen, Lachen sehr lecker sehr lecker Läger! Lecker, lecker, lecker. Was sind eure Lieblingschips? Lecker, 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 lecker. Lecker, 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 lecker. Lecker, 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 lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker, lecker. Sehr gut. Ich habe mich sehr, 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 sehr gut gemacht. Ich habe mich sehr, 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 sehr gut gemacht. Also ich kann die zur Cola hier nur empfehlen. Mir schmeckt die gut. Ginger lime. Okay. Meine Lieben. Wird's gut. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Fühlt euch gedrückt von mir. Bye, bye.